Aloha zusammen! Herzlich willkommen beim RPG-A-Day 2019. Heute mit dem Wort UNIQUE. Ja, Aloha zusammen. Heute UNIQUE. Was fällt mir dazu ein? Nein, UNIQUE ist etwas, was einzigartig ist und das ist jetzt direkt so eine Nähkästchengeschichte. Was ich immer versuche, wenn ich mit einem neuen Spiel anfange, ist, dieses Spiel als einzigartig zu sehen. Ja, das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, gerade wenn verschiedene Spiele eben das gleiche Regelgerüst nutzen, sowas wie Fade oder Powered by the Apocalypse, Savage Worlds oder so, also wo man eben ein bisschen freier ist, was das Setting angeht. Und trotzdem sich auch verschiedene Settings immer ähneln, also Fantasy, Science Fiction und so weiter, gibt es doch immer was Besonderes. Oder es gibt zumindest etwas Besonderes, von dem derjenige oder diejenigen, die das Ganze verfasst haben, glauben, dass es einzigartig ist. Oder dass es eine einzigartige Note reinbringt. Und das versuche ich eigentlich im Vorfeld beim Lesen schon so ein bisschen zu finden. Ich versuche herauszufinden, in welche Richtung das gehen soll, welche Nuancen vielleicht einfach neu sind oder auf welchen Konflikten ein bestimmter Schwerpunkt liegt oder welche Würfe besonders interessant sein könnten oder auch wie der Charakterbogen eben aufgebaut ist. Das schaue ich mir auch an. Gibt es viele Skills oder wenige? Wie viele Attribute gibt es und welche? Gibt es besondere Moves, die man irgendwie machen kann oder verschiedene Arten von Bennys, die reinkommen? Und was genau will man eigentlich damit erreichen? Das heißt nicht unbedingt, dass ich dabei die Regeln pauke und das heißt auch nicht unbedingt, dass das alles gut umgesetzt ist. Aber ich versuche so ein bisschen, das Herz des Ganzen zu finden und zu schauen, was macht dieses Spiel einzigartig? Oder wie gesagt, was glauben die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, dass es das einzigartig macht? Und das versuche ich dann in meine Vorbereitung mit einzubeziehen. Das heißt, ich versuche selbst, wenn ich etwas vorbereite, tatsächlich dort auch Schwerpunkte zu setzen oder bestimmte Dinge vorkommen zu lassen, bestimmte Regelmechanismen vorkommen zu lassen, um eben dieses Gefühl tatsächlich auch im Spiel zu haben. Um nicht irgendein Spiel zu spielen, aber mit den Regeln von X oder mit dem Setting von Y, sondern eben zu versuchen, genau das zu spielen, was ich da gelesen habe. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich immer sehr viel Wert darauf lege, dass irgendwelche Spiele auch mit den Originalregeln gespielt werden. Natürlich ist es kein Verbrechen, wenn man das anders macht. Man kann ja zum Beispiel sagen, okay, ich habe die Einzigartigkeit erkannt, aber sie interessiert mich so nicht oder sie funktioniert für mich so nicht. Deswegen mache ich es anders, weil ich die und die Grundidee doch toll finde. Kann man alles machen, wie man möchte. Ich möchte einfach nur eine Idee mitgeben, wie man an so ein Regelwerk, an so eine Settingbeschreibung entsprechend rangehen kann. Beispielsweise muss man nicht machen. Was man nämlich sagen muss, natürlich ist das Ganze ziemlich zeitintensiv, denn man liest ohnehin mehrfach und relativ akribisch, gerade wenn neue Regeln dazukommen, die man irgendwie lernen möchte. Und da dann noch rauszufusseln, was jetzt wohl der Kern und das Herz des Ganzen ist, was das Ganze eben unik macht, das kann durchaus mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wenn man einfach nur vorbereitet. Und wir wissen alle, das kann auch schon ziemlich zeitintensiv sein. Also, wenn ihr das nächste Mal ein neues Spiel habt und es nicht sofort ins Regal stellt, sondern euch wirklich damit auseinandersetzt, vielleicht ist das eine Idee für euch, dass ihr einfach mal schaut, was ist an diesem Spiel einzigartig oder was könnte dieses Spiel einzigartig machen oder was glauben die Leute, die es gemacht haben, dass an diesem Spiel einzigartig ist. Drei sehr verschiedene Fragen, aber auch sehr interessante, wie ich finde. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao. Ciao.